Ist die Allianz denn überall? NK9 an alle UNSC-Flieger. Stationsabwehr wieder eingeschaltet. Warnfrei. Wir heizen ihn ein. Alter, wie viele kommen denn da? Ne. Dem, 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 dem. Feindliche Jäger getroffen. Wir sind nicht gut geschossen, 6. Alter, viele das sind. Ach, einfach. Ja, komm, die Banschis, die können da zum Glück nix. Ich muss ihn erst mal finden. Machen wir erst mal ein paar Banschis-Blatt. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. So, wo sind die Scarabs? Ich hab doch Scarabs gesehen. Wo sind sie denn, ey? Uhuhu, aufgrund, dass die alle hinter mir sind. Ich hab's getroffen. Gute Arbeit. Der Serbe fliegt an meinem Jäger. Stehe unter Beschuss. So, das ist das Schild. Dann geht einer weniger, so. And she? Komm her. Wadda boom. Klar kein Z-Log. Zielek sind's, ey. Phantoms? Phantoms? Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt wird's lustig. Anker 9 an alle UNSC-Jäger. Mehrere Phantoms mit direktem Kurs auf unsere Stromversorgung. Saber-Teams markieren wichtige Kanonenwohleziele. Jetzt. Oha. Ja, ich arbeite dran. Kanonenboot in Position. Schadensbekämpfung bereit. Torpedo-Abschuss registriert. Beide auf sechs Uhr. Oh, shit. Und da. Kollisions-Alarm. Kollisions-Alarm. Er ist ja, die haben wir gespielt. Das ist halt keine tolle Idee gewesen. Au. Uh. Das war der erste Phantoms. Ich habe die Menschen Hilfe gebraucht. Der Phant macht mich härtig. Drehen? Wo sind denn die ganzen Banshees? Oh, der Fall ist in Angriffsposition. Keuer Freit. Gut ist, dass die Schilde sich von alleine wieder aufrein. So sind denn die Banshees. Ich sehe hier auch keine Banshees, Leute. An ihnen klebt einer dran. Ich stehe unter Felderbeschuss. Oder am Kast. Hallo. Ich bin betroffen. Komm von hinten, Nobel 6. Ich seh's. Er geht auf mein Konto. Schütteln Sie ihn ab. Super, Schuss. Was sind denn diese ominösen Banshees? Das kann ich wohl sein sollen, aber... Keine Schilde mehr. Aber sogar keine. Schütteln Sie ihn ab. Aber warum ist nur Scarab? Super, Schuss. Gut doch. So, hier ist noch ne... Hier ist noch ne Femmchen, ne? Ach, Leute. Ach, Schüsse. So, das Ding schon mal los. Weißen ist noch was. Komm mal, du blöder... Was ist ne Banshee? Ich? Glaube nicht. Hier kein mehr. Anker 9 an UNSC-Flieger. Alle Ziele neutralisiert. Bravo 029. Erlaubnis zum Andocken. Aktiviere Marker. Holland an Bravo 029. Nobel 5. Sind Sie bereit? Positiv, Karne. Invent. Oh. Wie docke ich da an? Ey. Jetzt mach ich in meinen... Ah, okay. Ich muss nur durchführen. Warnung. M-Wiedereintrittspaket gelöst. Ich brauche deinen Eingriff. Warnung. M-Wiedereintritts. Cockpitdruckablass abgeschlossen. Kabinendachhebel aktiviert. Okay. Ich bin da einfach. Ähm. Achso, der springt einfach mal da drüben. Ähm. Max Sokodoks. Nobel 5. Bitte wiederholen. Oberflächenraster 19x22. Gern. M-N-G Schwertbasis. Sektor 18G. Wärme bitte sein. Wärme bitte sein. Nobel 5. Ihr Puls ist erhöht. Sie können für Dr. Halsey und die anderen in der Schwertbasis nichts tun. Die Berechnungen stehen fest. Nobel 5. Ich weiß. Bravo 029. Sie dürfen die Schubdüsen wieder anwerfen. Nobel 6. Hier spricht Holland. Ich höre klar. Wir haben ein Schiff der Korvette-Klasse markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Korvette zum Lieferanten. Nobel 5 eskortiert die Bombe. Ihr Sable Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Kerner. Da sie schon ihren Überraumantrieb gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah. Wir stehen hinter ihm, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier mal den Kopf für das Nobel Tee, Lieutenant. Wir erledigen das Körner. 6 aus. Naja, das kann ja was werden jetzt. Oh je, oh je. Jetzt haben wir immer den Überantrieb. Jetzt müssen wir nur noch das... Das Ding da. Das muss jetzt noch weg. Zielkurvet in Reichweite von Navigationsstation RA 15 gesichtet. Ich hab' klein. Haben Sie Kontakt. Ziel bestätigt. Ja komm, das kannst du doch nicht übersehen. Das Ding ist halbst groß, dieser Planet. Brigade Savannah in Position. Sabre Teams, Meldung. Echo 1, alle Systeme grün. Echo 2, Start klar. Echo 3, Systeme grün. Echo 4, alle Systeme bereits. Verstanden. Blockieren den Funkverkehr der Korvette. Macht sie fertig. Sie kann nicht um Hilfe rufen. Mein verstanden. Sabre Teams, den Weg zur Korvette freimachen. Nobel, da ist ein Jäger auf 6 Uhr. Es wird heiß. Vielleicht kann man sie bremsen, indem man die Triebwerk kappt. Gute Idee, Sir Werner. Das macht es leichter, sie zu enter. Nobel 6. Alter, was sind die hier als Haupttriebwerke der Korvette ausscheiden? Ja klar. Und wer kann man sich die ganzen Benchies bitte? Leute? Ihr habt aber die ganzen Benchies gesehen, ne? Ja, halt aber nix ausgehen. Okay, ich schieße jetzt. Ja, schieß nochmal. Ops, sorry. Okay, ich soll irgendwas erledigen. Dann gehen wir mal. Hey, das Ding gibt's aber Gas, ey. So, was soll ich machen? Oh, hier. Ich hänge dem Schiff fest. Das war nicht so dolle. So, wo ist denn jetzt die Hülle? Let's go. Was zum Henker ist denn da los? Alter, da brennt alles. War das genug jetzt? Warnung. Energieschwankungen in Achterstaubbuchten der Korvette. Achtung, Savers. Mehrere Impulsantriebe entdeckt. Noch mehr Benchies unterwegs. Erkuts, wo und Savanna? Wo kommt die Verstärkung her? War die Verbindung nicht blockiert? Die Staffel sind wohl zurück von Patrouille. Erkuts rum. Keinen entkommen lassen, Savers. Abschießen, bevor sie entkommen und den Supercarrier warnen können. Ich lasse hier keine kommen, keine Sorge. Let's go. Seht's. Rette euch. Damn. Schwachstelle um eine Plattform oben auf dem Schiff. Noble 6. Sofort auf der oberen Landeplattform der Korvette landen. Ja, natürlich. Selbstverständlich, klar. Was auch sonst. Alles andere wäre auch Album gewesen. Okay. Nein, kann man ja mal machen. Da habe ich das Gefühl, dass ich hier alleine bin. Und George mit mir. Noble 6. Die Gegenmaßnahmen der Savanna werden nicht ewig. Schleusen Sie sich ein und deaktivieren Sie den Funkverkehr des Kreuzers. Er ist endgültig. Sobald die Korvette den Schnabel hält, leiten wir Klinghaken Phase 2 ein. Okay, wo muss ich hin? Hier rein? Ach, hier kann man runter. Okay. Wuuu. Ja. Gehen wir da runter? Alright. Ich gehe zum Hangar. Wo ist der Hangar? Der Hangar ist dein irgendwo. Ach, die sind schon da natürlich. Klar sind die schon da. Ach, der rennt schon vor. Wir sind auf dem Weg zum Hangar. Global 5. Treffen Sie dort. Verstanden. Unterwegs. Let's go. Oh, ist ja richtig verletzt. Wir sind noch mitten in deren Raumschiff, ne? Hm. Wir finden die vielleicht nicht so dolle. Hey, wir sind noch mitten in deren Raumschiff, ne? We don't care. We don't care? We don't care? Then you don't care? Aber die haben Schilde. Wie mein ist das denn? Die? Was haben die denn für Schilde? Bin die gar nicht tot. Ist das einer? Der hat kein Schild mehr. Komm her, mein Blatt. Boah. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich mache das gleiche in dem Game. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich habe einen Kontrollpunkt erledigt, was auch immer. Das war für einer. Ah, okay, die Schilder gehen da. Meine Typen sind da oben. Der einzige, der wieder mittendrin ist, ist der Master Chief. Weil wer auch sonst? Aber... Hier wäre es mit Unterstützung. Support, Level, Schüss, irgendwer. Irgendwer, irgendwas, bitte. Leicht. Shit, ich habe jetzt mal. Oh fuck. I'm going to die, I'm going to die. Oh, ich renne, ich sprinte durch die Luft. Was sagst du? Oh, 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 ich glaube nicht mehr lang. Ich bin nicht hoch. Da habe ich auch. Bisschen Ammo ist immer gut. Ich bin schnell hoch. Hier sind nämlich meine Jungs. Ich möchte zumindest ein bisschen Deckung mehr holen. Au. Oh, die Krab kommt denn her. Dankeschön. Geht doch. Idiot. Ja, ich bin dabei. Junge. Mal mal nicht so ein Stress hier. Wann, warum ist auf einmal die... Warum springe ich auf einmal fast normal? Irgendwürdig. Aktiviere schon die Schildsteuerung. Alles gut. Kriegen wir doch hin. Alles easy, Mann. Hallo? Mama ist John. Genau mit dem Pelican. Ist das ein Pelican? Ist gar kein Pelican, ne? So. Pulverfass ist an Bord, Karne. Verstanden. Sex, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korbett beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. Fünf, schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also, Beeilung, okay? Okay. Let's go. Bringen Sie die Korbett auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Wir haben reichlich Waffen und Munitionsmorgung. Wo habe ich reichlich Waffen und Munition? Ich habe überhaupt nichts. Ich habe nichts. Ich habe Müll, Waffen und Müll und sonst auch nichts. Schieß mal mit der Waffe. Die sind immer gut. Hier sind Waffen. Darf ich die mitnehmen? Dankeschön. Wir nehmen mal die etwas dickere. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Savannah und Holland. Alleinen schwere Strukturschäden müssen abbrechen. Verstanden, Savannah. Unser Team ist drin. Lösen. Nein. Ampo. Ampo. Risse im Rumpf. Reaktor brennt. Verdammt. Was? Oh oh. Nein! Savanna! Nein! Fuck! Shit! Oh fuck. Oh no, oh no, oh no, oh no. Nix mehr aus Savanna. Die Fregate ist in 6. Hätten nichts tun können. Noville, sie stecken tief drin, ohne Deckung. Setzen sie die Korverte in Bewegung und verschwinden sie! Oh fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren so viele Leute drin. Ist wohl die Brücke, Spartan. Räumen wir sie. Hier ist die Brücke. Ich sehe sie. Boah, die Musik alleine schon. Mega deprim. Ah, der macht erstmal ein Hologramm, die Sau. Dauer. Ich muss mal weg hier. Ich will nämlich gleich so ein bisschen weg. Ich bin in Deckung. rumzulaufen. Und euch zu decken. Aber die sind Goldklasse. Ich bin nur ein Viecher. Ich habe keine Ammo mehr. Hallo? Oh, wie viel Leben hat er denn, ey? Ist ja noch einer. Aber das hast du... Muss ich jetzt auf das Hologramm schießen oder muss ich auf den Originaltyp legen? Schießen. Jawohl, ich habe einen. Jawohl, ich habe einen. Wo ist der andere Daumen? Jawohl, ich habe ihn auch. Wo ist denn hier die... Ja, würde ich gerne. Ich weiß nur nicht wo. Ähm. Okay, hier. Let's go. Sehr gut, Noble 6. Kinnhacken initiiert. Korvette ist unterwegs. Äh, wir müssen noch hier raus, ne? Unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschoss. Zurück zum Anger. Ja, ich wollte sagen, wir müssen ja noch in Japan irgendwie... Aus diesem scheiß Ding. Wir müssen ja irgendwie noch wieder nach Hause. Gebiet gesichert. Ja, komm, los, 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 Leute. Wenn das Ding angedockt ist, dann ist, äh, Polen offen. Noch mal ein Problem. Also muss George ganz allein. Let's go. Ah, fuck. Kann ich hier durch? Nein, komm ich nicht. Shit. Ich muss nicht gleich, wie ich laufe. Let's go, let's go, let's go. Kommt keiner? Geh gerne vor. Kein Stress. Kein Stress. Ich hab keinen Schuss. Ich hab gar nichts mehr in Ammo. Oh, shit. Ich brauch Muni. Ich brauch Muni. Jawoll. Ich brauch einen besseren Vorsicht. Let's go. George, ich hab gute Nachricht für dich. Was? Wir sind da, George. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Let's go, here is Ammo. Oh, yeah. Na, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Das heißt hier gar nichts Gutes. Wenn die Dinger hier rumliegen. Äh, wo muss ich denn hin? Was? 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 Das ist zwei. Ja, nur weiter so. Hab ich, ne? Oder war ein Dicker? Was ist der Kaufmann? Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch, Leute. Ja, der George hat ihn gesehen, weißt du? Und du? Ach, ne. Who don't say. Steckt sich aber auch der kleine Schweinehund hier. Ich seh dich aber. Hab ihn. Der Master Chief ist am Start. Oh, fuck. So, da hin. Let's go. Wir holen uns auch noch. Aua. Das war nicht so gut. Oh, da waren zu viele. Schnell weg. Waren ja doch ein paar mehr als gedacht. Happy Rapper. Ich hab keine Amo mehr. Ich muss mal gucken, ob da hin oder was ist. Hier noch Munition. Nein, hier ist keine Munition mehr, aber hier ist was besseres. Hey, hey. War nicht auf das Ding drauf. Hier noch ein Sprint. Hier noch ein Jetpack? Nee, schade. Ich dachte, da gibt's vielleicht noch ein Jetpack. Wie lange muss ich das Ding schützen? Was ist er denn? Da oben, ne? Da oben. Da kommt der auf den drauf. Alles klar. Da wo sind Gegner? ausgezeichnet wo muss eigentlich noch einer sein aber 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 kommt direkt mit zentren so kommt sie jetzt bleibt unten ja wir bleiben das war es dann also ich habe gute und schlechte nachrichten der vogel hat was abbekommen und die düsen sind im eimer man kommt also nur mit schwerkraft hier weg und die guten das waren die guten bei aktueller geschwindigkeit 53 sekunden die schlechten nachrichten der timer ist hin ich muss sie von hand zünden das machst du nur einmal wir sterben alle irgendwann gelieber 6 die brauchen dich da unten hör mal reach war gut zu mir zeit sich zu revanchieren nimm mir das nicht die sollen sich reinhängen das ist eine riesen raumschiff da oben so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020